Zurück. Wir warten jetzt, wenn wir weiter runter gehen. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ich habe einen Shader installiert. Oh, das ist Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Okay. Okay. Das klingt. Nach Hexe. Wir holen jetzt mal fix das Eisen raus. Genau, und gehen wir zurück. Ja, wie gesagt, ich habe einen Shader installiert. Irgendwo noch Eisen. Wir werden noch mal ein bisschen gucken, ob da irgendwo noch was ist. Ja, das sieht ja schon gut aus. Hier ist Granit. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Wir werden noch mal gucken. Das holen wir uns. Ja, nicht mal irgendwo. Ich habe doch gerade... Hier. Okay. Da habe ich nicht. hier. 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 eigentlich werde ich nicht so weit runter gehen die Fackeln sind halt alle und hinten ist es zu Ende sehr gut habe ich hier erstmal weg alles so also es sieht aus dass hier doch kein Spawner in der Nähe ist es ist aber nicht so tragisch weil die Wahl nämlich dann können wir erstmal in aller Seelen wohl Eisen formen und wir werden ein Fahrer uns noch ein paar Kühe mitnehmen für Leder und mit dem Leder können wir dann noch ein bisschen Verzauber machen daraus Bücherregale und dann können wir noch etwas verzaubern also zumindest haben wir dann deutlich bessere Verzauberungen so jetzt gucken wir mal ob wir die noch rauskriegen hier bevor die Spitzhacke flöten geht so zack wie viel Eisen haben wir jetzt 44 na bitte das ähm ja hier ist Tonnen da oben ist auch noch Eisen können sind fast alle ähm ja und und die Spitzhacke ist sehr bald kaputt ich höre Endermänner Hochstein ich höre Endermänner Hochstein waffenkreis hmmm Vielen Dank. So, noch mal ein paar Fackeln, wenn es ausgelöchtet ist. Gehen wir mutig hier rein. Oh, oh, zombie, zombie. Oh, oh. So. Okay, lass. So. 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 Okay. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, sehr gut. Ähm, ja. das war fast zu befürchten draußen ist nacht habe ich noch ein bett hier? natürlich nicht hm so Eisenspitz hat er draußen ist nacht das bedeutet wir werden vielleicht gehen wir noch mal da hinten rein ein Stückchen haben wir noch eine Waffe? ne ein Stückchen ein Stückchen so gucken wir mal hier noch ein bisschen rund um ausleuchten ok brauchen wir jetzt nicht sehr gut das war glaube ich eine ziege so oh weitläufig hier runter. Okay, wir gehen erstmal zurück. Wir haben ein bisschen ausgeleuchtet. So. Da noch mal eine Fackel hinsetzen. Sicher ist sicher. Da unten haben wir auch schon irgendwas ausgeleuchtet. Ah, okay, okay, okay. Hm, okay. Geh weg, du Spinner, geh weg. Okay. Okay. Ja, okay. Okay, hier ist nichts mehr, sehr gut. Boah, lecker. So. Hätten wir wieder was gepackt jetzt. So, wir gucken mal. Da ist eigentlich nichts weiter rum. Da noch mal was hin. Da kann auch noch was hinpacken. Da kann auch noch was hinpacken. Ähm. Da kommt mal noch was hin. Ähm. Jetzt muss man noch gucken. Ähm. 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 Jetzt. Ach. Ich guck die Tür nicht zu. Hier ist Wasser. Und ja. Ja. Okay. Hier ist eine Wasserquelle. Das ist schon mal. Gut. Dann. Jetzt auch schon wieder nach unten. Zack. Ähm. Wie weit gehen wir das hier runter? Okay. Hier spawnt erstmal nichts. Ähm. Haben wir jetzt doch nichts gefunden. Ähm. Zack. 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 Okay. Okay. So. Damit hätten wir jetzt erstmal alles soweit rausgeholt. Äh. Und jetzt gehen wir wieder an die Oberfläche. Jetzt wird Tag sein. Ähm. Genau. Nicht hier hinten lang. Ach nee. Da war ich schon. Okay. Passt. Ähm. Da ist nix. Da waren wir gerade. Ja lang. Oder. Oder hier lang. Ja lang. Ja lang. öffnen wir den Fackeln nach. Ich guck dich nicht an. Ich guck dich nicht an. immer noch nicht an. Okay. Ich guck dich nicht an. Ich guck dich nicht an. Ich guck dich nicht an. So Creeper hast du dein Zeug reinlassen Halt da, ist der nicht ganz dicht oder was? Hast du die Dummels auch hier angeschlichen oder was? Also ich brauche auf jeden Fall, brauche ich ein bisschen Weizen So, unser Bett nehmen wir wieder mit, zurück erstmal So, das nehmen wir mit, zack So, das werden wir nachher ein bisschen anpflanzen Ach, da hat man natürlich auch was gehabt Na ja, gut, okay Dann, ja genau Und lang, so Da muss doch irgendwo mein Bett sein Ach so, das war der Typ, okay Wo ist mein Bett? All right Okay, das geht weg auch hier ist es doch so sagt so jetzt brauchen wir müssen wir wo sind die kühe die müssten ja bald mal wieder da sein wo sind die kühe hierzu viele abgeschlachtet und so später noch mal reingehen ich brauche jetzt wo sind die kühe wo sind sie da ich habe eine kuh ich habe eine kuh ich habe eine kuh gefunden jawohl da hinten sind noch mehr kühe ja kommt und 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 ja immer schön mit kommen immer schön brav mit kommen da müssen wir hin dann wir sind wir nicht gut verloren egal egal geht mal weg ja ich will die kuh fütter ja 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 wo ist die dumme kuh schon wieder hin wo ist die kuh schon wieder hin leide das kann nicht ernst sein da ist die kuh ja 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 komm mit komm mit ja 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 wir sollten dann gleich wieder schlafen gehen ja 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 geschafft oder bambus wächst hervorragend nicht 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 hierher kommst du komm mit komm mit komm mit ja komm ja komm komm zu papa komm glück gehabt ey meine güte wir werden kurz schlafen gehen und dann werden wir uns noch hinlegen so meine fresse das war eine Ruhrtier mit der Kuh jetzt mal fix zurück und holen uns noch eine also jetzt schon der Schäder bringt schon ein bisschen was also wir rennen wir mal fix rüber wir können natürlich noch ein paar Schafe holen aber wir werden jetzt mal fix noch ganz ganz fix das mit der Kuh fertig machen so jetzt auch noch mal eine Kuh von hier drüben und hier ist doch keine ja komm guck mal wie das aussieht mit dem Schäder ja komm hier ist das Futter hier leckerer Futter jam 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 leckerer Weizen so die sperren wir natürlich dann zusammen ein ja die Schafe stehen jetzt natürlich ein bisschen doof oder gegen drum soll uns nicht weiter stören ja das klappt schon wasser ja 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 Wenn wir die beiden dann zusammen im Gehäge haben, machen wir mit dieser Folge erstmal Schluss und in der nächsten Folge werde ich dann ein bisschen Zuckerrohr farmen. Oh, da ist schon eine Babykuh raus geworden. So, ein Mann frei, wie das funktioniert, der Pachtleder und zwölfmal Papier, da kann ich ein paar Bücher machen. Das machen wir nochmal ganz fix, bevor die Folge trennt ist. So, hm. Wie war das nochmal? Buch, Bücherregal, Bücher, ich koche Bücher, Bücher. Drei Papier, also viermal. So, ich brauche auch Fals. Das kommt hier hin. Ach, ist bloß eins. Okay. Gut. Gut. Dann geht's nach unten. So, geht's nach unten. Und zack. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs haben wir schon. 15 brauchen wir. Rechtsklick. Was kriegen wir? Ja. Schwungkraft. Schwungkraft, Schärfe, Haltbarkeit. Neigenspitz, hab ja. Glück. Effizienz. Oh, Glück. Effizienz. Rückstoß. Sicher. Was ist das hier? Eisenhaft. Glück, Glück. Okay. Genau. Und ja. Und damit ist die Folge erstmal zu Ende. Dann geht es ein bisschen weiter. Du hast hier. Der Köln. Du hast da, das hier. Du hast da.